Selbst wenn man sich sehr viele Zahlen anguckt, jegliche Rationalität beraubt, dass ich dann nicht mal mehr am Kaffeesatz lesen kann, sondern eher staunt davorstehe und das Problem bewundere, aber die Deutung nicht. Ich wundere mich darüber über die Diskussion. Die AfD ist eine demokratische Partei. Warum sollen die Menschen nicht in der Lage sein, die AfD zu wählen? Die ganze Zeit wird nur darüber geredet, dass wir sagen, die AfD, mit der können wir nicht reden. Machen Sie sich vertraut damit, dass ein Viertel der Wähler in Thüringen die AfD gewählt haben. Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei, aber sie ist keine demokratische Partei. Lassen Sie mich bitte mal ausreden. Natürlich ist es eine demokratische Partei. Wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Das habe ich immer gesagt. Wer nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, hat in dieser Partei nichts verloren. Ganz eindeutig. Sie ist demokratisch, sie ist zutiefst bürgerlich. Ich kenne die AfD-Mitglieder. Auch Herr Hans-Tersen. Nein, es ist tatsächlich so. Ich kenne die AfD-Mitglieder. Wissen Sie, Sie machen Ihre ganze Behauptung an wenigen Personen fest. Das ist einfach so. Doch, ich höre immer die gleichen Namen und muss immer auf die gleichen Namen irgendwelche Kommentare abgeben. Gut, aber schauen Sie doch hin. Sie haben doch in anderen Parteien auch Leute. Schauen Sie doch mal bei sich hin. Sie haben die kommunistische Plattform. Warum redet niemand über die kommunistische Plattform? Ja, die beispielsweise vom Verfassungsschutz überwacht wird. Wir werden nicht vom Verfassungsschutz überwacht. Weil Björn Höcke hat selbst die AfD-Führung 2017 festgestellt, dass da eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus existiert. Wer hat das festgestellt? Das war damals Teil des Ausschlussantrags, die AfD-Führung. Die hatte damals ja einen Ausschlussantrag gegen Björn Höcke. Und da stand genau dieser Satz. Gut, und die Schiedsgerichte sind eben nicht zu dieser Meinung gekommen. Ja, aber ich meine nur, die AfD-Führung selber hatte ja offenbar das Gefühl, dass sie es mit einem Nazi zu tun haben. Sonst würden Sie ja nicht eine solche Einschätzung... Ja, dann war das eine Fehleinschätzung möglicherweise. Ja gut, ich habe jetzt noch ein bisschen, dass Sie das nicht haben. Aber wir müssen doch, wir reden doch an einer Demokratie. Da müssen wir doch die Urteile von Schiedsgerichten akzeptieren. Wir können doch nicht einfach sagen, das gefällt uns nicht, also erkennen wir das nicht an. Was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Ich hatte es eben ja schon mal gesagt, Sie sind doch selber kein Freund von Björn Höcke. Das ist ja... Dass wir Differenzen haben, ist bekannt. Genau. Und Björn Höcke ist dieser Mann, den man jetzt nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts in Meiningen, Meiningen ungestraft, einen Faschisten nennen darf. Das ist ja nicht irgendwas. Und außerdem, Sie hatten den Verfassungsschutz angesprochen, dann schauen wir uns doch mal an. Wissen Sie natürlich genauso gut wie wir, was da alles gegen Herrn Höcke und seinen Flügel vorliegt. Und das machen wir heute natürlich geplant, weil der stand nun mal in Thüringen zur Wahl. Eine Sammlungsbewegung innerhalb der AfD ist der Flügel. Prominent ist der Vertreter Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Für das Bundesamt für Verfassungsschutz ist die Gruppierung ein sogenannter Verdachtsfall. Laut einem Gutachten lagen dem Amt bereits im Januar stark verdichtete Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich bei ihr um eine extremistische Bestrebung handelt. Das durch den Flügel propagierte Politikkonzept ist primär auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, insbesondere Muslimen und politisch Andersdenkenden gerichtet. Es verletzt alle Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, die Menschenwürde-Garantie sowie das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip. Die Relativierung des historischen Nationalsozialismus ist zudem prägend für die Aussagen der Flügelvertreter. Und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang ist inzwischen sogar der Auffassung, Zitat, Der Flügel wird immer extremistischer. Björn Höcke wollte diese Äußerung untersagen lassen. Doch sein Eilantrag scheiterte am Donnerstag vor dem Kölner Verwaltungsgericht. Herr Pazderski, Sie waren Berufsoffizier. Sie haben geschworen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Dann frage ich mich, wie können Sie dann in einer Partei sein, die der Verfassungsschutz prüft und den Flügel in Sonderheit als Verdachtsfall ansieht und diesen Flügel auch als immer extremistischer bezeichnet? Also zunächst mal, natürlich habe ich das geschworen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die AfD auf dem Boden des Grundgesetzes steht und eine demokratische Partei ist. Und was wir hier doch erleben, gerade mit dem Flügel mit Björn Höcke, ist doch die Tatsache, dass hier der Verfassungsschutz instrumentalisiert wird. Man hat einen Herrn Maaßen, hat man abgelöst, weil er damals gesagt hat, in Chemnitz hat es keine Hetzjagden gegeben. Daraufhin musste Herr Maaßen als Verfassungsschutzpräsident zurücktreten. Dann hat man schnell Herrn Haldenwang installiert. Herr Haldenwang singt natürlich das Lied des Prodich S. Er singt das Lied genau der Bundesregierung. Hier wird jemand instrumentalisiert, hier wird ein Verfassungsschutz instrumentalisiert gegen eine Partei, die außergewöhnlich erfolgreich ist. Man hat offensichtlich keine anderen politischen Mittel mehr in der Hand, man hat offensichtlich keine anderen politischen Mittel mehr in der Hand, als das über diese Schiene zu versuchen. Und die Linke ist ja auch, in diesem Bereich hat ja die Linke auch ihre Probleme, weil eben der Verfassungsschutz tatsächlich politisch instrumentalisiert wird. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir werden, wir haben die Verfassungsschutzberichte genau ausgewertet. Und wir werden im November, werden wir mit einer Aufklärungskampagne beginnen, wo wir einfach deutlich machen, dass der Verfassungsschutz instrumentalisiert worden ist und dass der Verfassungsschutz das Grundgesetz interpretiert. Nicht einfach nur einhält und sagt, so muss es sein, sondern er interpretiert das Grundgesetz. Und da muss man sich wirklich drüber unterhalten. Und ich sage Ihnen noch einmal, die AfD, so wie ich sie kennengelernt habe, ist zutiefst bürgerlich. Es gibt einige Leute, die wäre ich lieber heute als morgen los, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber die Masse der Leute, die ich kenne, ja, und das sind bestimmt 90 bis 95 Prozent der AfD-Mitglieder, das sind treue Bürger, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, die alle eine berufliche Vita haben und die nichts weiter wollen, als dass sie sagen, wir sehen, dass dieses Land in die falsche Richtung sich entwickelt und wir wollen etwas dagegen tun politisch. Herr Decker, Ihr Fachgebiet ist das, sich die AfD auch ganz genau anzuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.